DOMRADIO MORGENIMPULS Jeden Montag bis Freitag hören Sie bei uns im DOMRADIO den Morgenimpuls. Herzlich willkommen zum Morgengebet. Ich bin Schwester Katharina, bin Olpa Franziskanerin und freue mich, dass wir jetzt hier zum Beten zusammen sind. Wenn ich dienstags ins Mutter-Kind-Haus gegangen bin, gab es oft sehr angeregte Gespräche mit den jungen Frauen. Ich bin ja dort, zum einen als Ordensfrau im Habit und Schleiert und zum anderen wegen meines Alters, mindestens dreimal so alt wie die jungen Mamas hier, immer irgendwie Exotin. Und das macht sie natürlich neugierig. Und ganz oft hören sie in vielen Dingen tatsächlich auf mich. Dann ging es mal wieder ums Smartphone. Eine Mama hat immer das Smartphone dabei und daddelt und telefoniert und schreibt und sucht, egal, ob sie ihr Kind auf dem Arm hat oder ihm das Fläschchen gibt. Und eine andere junge Frau, mit der ich darüber schon vor Monaten gesprochen hatte, hat nun quasi meine Worte benutzt, um ihrer Kollegin zu sagen, dass das nicht so toll ist, das Telefon zu nutzen, während das Baby dabei ist. Sie sagt, dann denk doch dein Kind, dass dieses komische schwarze Ding das Wichtigste in deinem Leben ist und wird, sobald es kann, versuchen, dieses schwarze Ding zu bekommen und zu beherrschen. Ganz erschrocken hat die junge Frau das Handy weggesteckt und ganz ungläubig gefragt, ob das wirklich so ist. Da ist mir noch mal klar geworden, dass wir selbst in unserem Alltag immer mal schauen müssten, wem gilt eigentlich meine ganze Aufmerksamkeit? Wer oder was fesselt mich? Oder wofür habe ich immer Zeit? Was schaue ich immer wieder an? Von der Heiligen Clara von Assisi gibt es ein sehr schönes Wort. Sie hat einmal gesagt, im Anschauen deines Bildes, o Herr, werde ich verwandelt in dein Bild. In unser heutiges Verständnis übersetzt könnte das heißen, wenn ich jeden Tag eine Zeit damit verbringe, auf Jesus zu schauen, ein Bild oder ein Kreuz zu betrachten, seine Worte zu lesen, sie in ein paar Minuten Stille mal zu bedenken, dann werde ich nach und nach von ihm geprägt. Von seiner Liebe und Güte, von seinem Engagement für die Menschen, von seinem Eifer für das Reich Gottes. Und ich werde ihm ähnlicher, dem, dem ich meine Aufmerksamkeit gebe. Der Morgenimpuls mit Schwester Katharina, Franziskanerin aus Olpe, jeden Montag bis Freitag um kurz nach sechs im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE WDR mediag 80 im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020